Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Heute sprechen wir über einen Film, der 12.000 Namen hat. Nämlich, im Original heißt er Bastarden, im Englischen heißt er The Promised Land und bei uns kommt er als Kingsland in die Kinos. Der neue Film mit Mats Mikkelsen als uralter Däne. Wenn er jetzt noch leben wird, wird diese Figur wahrscheinlich 300 Jahre alt sein, den der Film spielt, sehe ich hier, im Jahr 1755. Stu, wir beide sind miteinander nicht ganz 300 Jahre alt, aber wir sind schon relativ lang im Geschäft und kennen schon den ein oder anderen Mats Mikkelsen-Film. Jetzt, ja, ab und an spielt er dann mal so was Historisches. Erzähl doch mal ein bisschen, um was es geht. Ja, der alte Mats, der Klawautermann, der spielt einen, ja, einen Ho, einen Militäristen, heißt das so? Also jemand aus dem dänischen Militär, der im 18. Jahrhundert ein Stück Land zugesprochen bekommt, die Heide und dort soll er versuchen halt eben eine Landwirtschaft aufzubauen. Das haben vorhin schon viele Leute versucht, aber sind halt gescheitert, aber er glaubt es zu schaffen und sein Wunsch ist es halt eben, dass er dadurch halt eben auch in den Adelsstand gerät, weil er eigentlich aus, ich sag mal, verärmten Verhältnissen kommt. Und er reißt dann eben an und versucht sein Bestes und hat auch einen ganz klaren Plan und ist auch relativ, ja, wie soll ich sagen, er macht sehr viel, um sich unbeliebt zu machen bei seinen Mitstreitern und baut aber nach und nach, hat er halt eben Erfolge. Jedoch gibt es da einen, ja, einen Gutsbesitzer namens Frederic de Schinkel, heißt der, und der macht ihm das Leben schwer und es kommt zu einem, ja, ich muss bei dem Namen auch lachen, aber so heißt der nun mal und es kommt dann eben zu einer Art, ja, Zweikampf, das sich über mehrere Jahre erstreckt und das mehrere Opfer fordert, bis es dann zum Schluss quasi, ja, in ein großes Finale mündet. Ist das ein Landwirts-Thriller sozusagen? Ähm, es ist, ich hab ihn irgendwo mal beschrieben als dänischer Kartoffelwestern. Oh, das klingt gut. Ja, find ich auch. Also, sagen wir mal, es ist zumindest ein Genre, das noch nicht unbedingt ausgelutscht ist. Ja, ja, also er hat wirklich Western-Attribute, der Film, das glaubt man gar nicht, weil, wenn man ehrlich ist, es klingt jetzt nicht besonders aufregend, 18. Jahrhundert, ähm, Soldat geht in die Heide und versucht Kartoffeln anzubauen. Das klingt jetzt nicht so spannend, wenn man ehrlich ist, ne? Aber, äh, ich hab den Trailer gesehen, den Film selbst hab ich nicht gesehen. Für alle, die sich jetzt wundern, nee, ich interviewst du hier nur zu seinen Erlebnissen mit diesem Meisterwerk. Ähm, also ihr habt den Trailer gesehen, der wurde uns hier in München echt um die Ohren gehauen, würde ich fast sagen, in den Kinos, in denen ich bin. Und ich muss sagen, er sieht eigentlich ganz gut aus, nur die Story hat mich tatsächlich jetzt, keine Ahnung, nicht so wirkt. Er sieht ein bisschen generisch aus in seiner, ähm, ja, also in der Art, wie er erzählt, irgendwie, wie so eine Soft-Version von irgendwie, keine Ahnung, anderen historischen, äh, David-gegen-Goliath-Sachen. Und, ähm, jetzt lese ich aber, der war bei der Oscar-Verleihung 2014, ist der von Dänemark eingereicht worden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wurde er nur eingereicht, weil Mads Mikkelsen mitspielt, oder wurde er eingereicht, weil er wirklich was kann? Äh, meine Antwort darauf, beides. Ähm, ich glaube, dass der Mikkelsen durchaus schon ein gutes, äh, Argument ist für eine Einreichung, weil der halt einfach international, äh, wirklich ja überall mitspielt. Also, der ist ja so ein bisschen der Samuel L. Jackson aus Dänemark, der macht ja in jedem Scheiß mit. Also, egal ob Star Wars oder Marvel, der Mads ist dabei, komm, was soll's, hat mir noch irgendwo Platz für den Mads, ja, hinten, komm, Mads, stell dich da hin, gut, machst du, Oscar, komm. Ähm, aber, der Film, also, ähm, was mich halt so ein bisschen bedroppelt ist, Däne und die Dänen sind ja unsere Nachbarn, ne? Also, ich war, ich war als Kind mehrfach im Dänemark-Urlaub, und es ist halt, also, ich finde, wenn du in Dänemark bist, es ist halt, es riecht auch ein bisschen nach deutscher Luft, weil es einfach so nah dran ist. Und was ich halt nicht verstehe, ist, warum zum Teufel machen die Dänen so tolle Filme, die so international wirken, die sich auch wirklich messen lassen können, also auch von der Optik her, der Film sieht nämlich unglaublich geil aus, und dann gehst du ins deutsche Kino, guckst den deutschen Film an, und denkst dir, was soll das? Also, wirklich, das macht einen dann schon ein bisschen traurig. Ja, ja, also Kameraarbeit oder sowas, die, die, die Trailer haben das auch tatsächlich gezeigt, aber ich sehe hier auch, der ist, glaube ich, gar nicht so günstig gewesen, wenn wir mal so, wenn wir mal, was sehe ich hier, Kinokasse, in der Kinokasse, aber das Budget, 8 Millionen, das ist in Deutschland, wären das schon mal 12 Filme, die es da mittragen. Oder 26 Tatort. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Naja, mal gucken, also das, sagen wir es mal so, das wird auf jeden Fall schon klar, worauf man hier dann raus kann. Ja, man muss auch ganz klar sagen, der Film, er findet das Rad jetzt auch nicht neu. Also, was da erzählt wird, ist, du hast so einen Mats Mikkelsen, das ist so ein bärbeißiger, sehr, wie soll ich sagen, eher menschenfreundlicher Typ, und natürlich nähert der sich nach und nach an und wird ein bisschen menschenfreundlicher, ein bisschen offener, nicht zu sehr, also er bleibt immer noch ein kleiner Misanthrop, aber es gibt halt eben schon Figuren, mit denen er dann zusammenkommt und mit denen er auch eine Art Freundschaft oder Beziehung gründet, nenne ich es mal. Das macht ja aber halt einfach toll, der Film, weil es ist halt Mats Mikkelsen, der kann halt sowas spielen, Mats Mikkelsen kann anderes spielen, seien wir ehrlich. Dazu sieht der Film halt noch toll aus, dazu hat der Film mit diesem Frederik von Schinkel einen wirklich hassenswerten Antagonisten, also den ... Das ist mir beim Trailer nämlich auch aufgefallen, dass der da so extrem, also ich hab Game of Thrones nie gesehen, aber bei Game of Thrones gibt's da so einen blonden, jungen Arsch. Ja, genau, genau. Und an den hat mich der erinnert. Genau, genau. Also dieser Van Schinkel ist wirklich der Beweis, dass ein natürlicher oder von Geburt an vorhandener Sadismus gepaart mit einer schlechten Erziehung eine echt miese Kombination ist. Also wirklich, der ist wirklich, also ich saß da vor der Leinwand und habe jedes Mal, wenn er aufgedacht hat, boah, bitte könnte jemand kommen und ihn erschießen. Was für ein Sackgesicht. Das macht ja wirklich ganz gut, der Darsteller. Und dann natürlich gerade dann mit der Paarung mit Mats Mikkelsen ist das schon, funktioniert das ganz gut. Und dazu muss ich auch sagen, das ist natürlich ein historischer Film und ich fand das von der Geschichte her unglaublich interessant, weil der Film große Zeit lang fast schon so ein bisschen Geheimnis macht, was er denn anpflanzen will. Und dann sitzt du dann da und denkst dir, oh, was ist das? Oh, oh, was ist das? Was ist das? Das ist die Geschichte des ersten Social Club der Welt. Und dann macht er nach ungefähr einer Stunde die Kiste auf und sagt so, hier, bestes Ganja. Oh Gott, man könnte da echt was Gutes draus machen, dass man dann den guten, wie heißt der, Frederik und der Schinken, Frederik de Schinke, so, dass der, keine Ahnung, dann mit Pablo Escobar zusammen, da hat er aber eine andere Dingung, Breaking Bad, Breaking Bastarden. Bongarden, ja. Oh Gott. Ich sehe hier auch bei den Nebendarstellern gibt es ein paar Deutsche, die mitspielen. Felix Kramer, Martin Pfeifel, die kennt man zumindest. Vom Gesicht her, ja. Vom Gesicht her, ja. Und auch Sören Mulling spielt mit, den ich sehr gern mag eigentlich. Das ist, ich weiß aber gerade nicht, woher ich den mag. Hat der nicht bei? Der ist bei diesen ganzen Nikolai-Likars-Filmen, hat der mitgespielt, auch neben Mats Müller, hier bei Man and Chicken oder so, war er mit dabei. Ja, genau, 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 genau. Und der Nikolai, Mifune, das ist so ein Dogma. Genau, und der Nikolai Arcel, der den jetzt gedreht hat, den Film, der ist ja auch wirklich seit ewigen Zeiten dabei im skandinavischen Kino und macht ja auch wirklich tolle Filme gemacht. Ich meine, ihm wird halt immer vorgeworfen, um halt diesen The Dark Tower verworfen zu haben, ne? Da sind wir jetzt bei dem Thema, das ist natürlich interessant. Ja, also, ich bin mir unbeliebt. Ich habe The Dark Tower, den Roman, habe ich mal geschenkt bekommen, also als Pressegeschenk. Ich habe nach 100 Seiten aufgehört und dachte, nee, das erzählt mich nicht und habe den Film dann gesehen und muss sagen, ich fand den Film nie so verkehrt. Also, ich habe jetzt keine besonders großen Emotionen zu dem Film, er ist mir so ein bisschen egal, aber ich habe nie so verstanden. Also, ich kenne die Vorlage nicht, aber ich fand das ... Du bist halt nicht die Bubble, ne? Ich bin nicht die Bubble, das stimmt. Ich bin der Stubel, ne? Also, ich habe da keine Ahnung, aber ich ... Man muss ja auch sagen, du weißt nicht, was da vorgefallen ist und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dem noch ordentlich ins Handwerk gefuscht worden ist, weil wie kommt man darauf, so ein großes, ich nenne es mal Franchise wie The Dark Tower zu nehmen und so einen kleinen ländischen Regisseur zu geben? Da muss irgendwas vorgefallen sein. Deswegen möchte ich ihm da keine Schuld. Die Königin und der Leibarzt waren wahrscheinlich schon ... Klar, das war natürlich der Endgame des ländischen Kinos, das ist klar, ne? Aber der Asset ist halt schon echt ein guter, muss man sagen. Und ich finde, bei Promised Land hat er auch wirklich einen richtig schönen und knackigen Film abgeliefert, weil, um mal die Pluspunkte noch mal aufzusagen, der Film sieht unglaublich gut aus. Es gibt wirklich famose Szenen, die einfach visuell unglaublich stark sind. Der hat einen tollen Cast, nicht nur Max Mikkelsen, alle um ihn herum spielen toll. Der hat eine gesunde Härte. Also, wenn da Gewalt passiert, bist du ja auch unangenehm. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein Setterfest ist, aber wenn da, wie gesagt, wenn da Leute sterben, ist es wirklich unangenehm, es geht einem nahe und es macht auch so, mit mir hat's was gemacht, dieses unwohle Gefühl, dass du das eigentlich gar nicht sehen willst, was da gerade passiert. Und die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Also, der fängt so nach fünf, sechs Minuten an mit deiner Geschichte und dann hat er dich an den Eiern, um es auf gut Deutsch zu sagen, und lässt sich bis zum Schluss nicht mehr los. Und was halt auch interessant ist, ist, dass der Film durchaus auch eine politische Dimension hat. Denn letztlich ist dieser Ludwig, der ja unbedingt in den Adelstand will, auch nur ein Spielball der Obrigkeit. Und das macht der Film ganz gut. Ja gut, ich glaube tatsächlich, mein größeres Problem ist, dass ich jetzt auch durch den Trailer nicht so wirklich verstanden habe, was so diese Machtverhältnisse da überhaupt sind. Aber das hoffe ich, wird in diesem Film dann auch irgendwie erklärt, was da so die Ziele und Zwecke sind von allen. Wie so ein klassischer Western. Du hast so diese Pilger, die so ein Stück Land bekommen, aber dieses Land gehört schon jemand anderem und der sagt aber, okay, ihr habt zwar die Erlaubnis, aber bis diejenigen Graukiarin kommen, die die Erlaubnis erteilt haben, bist du schon längst tot. Also es hat wirklich was Westernartiges. Das hat mir gefallen. Ich bin, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als größter Westernkenner oder Westernfan bezeichnen, aber ich mag es immer, wenn man so in Anführungszeichen festgefahrene Genre nimmt und die so auf so neue Orte pflanzt. Und das finde ich, also Dänemark im 18. Jahrhundert ist jetzt für den Western eher ein seltsames Setting, finde ich. Ja, ist was, was ungewöhnlich ist auf jeden Fall. Jetzt, du hast mich gerade so ein bisschen in Richtung das finstere Tal. Oh ja, mit dem ist der gut zu vergleichen. Wirklich, mit dem ist der, mit dem ist der wirklich gut zu vergleichen. Cool. Dann gebe ich ihm eine Chance, 100 Prozent. Also der ist wirklich, äh, äh, ja. Finstere Tal müsste ich auch nochmal gucken. Der war richtig gut. Ah, der war richtig gut. Ja, ja, ja. Das ist immer so eine kleine, wie sagt man, so ein kleiner Geheimtipp irgendwie, finde ich immer noch. Obwohl, tatsächlich, wenn wir über irgendwelche europäischen Western reden, dann wird der immer mit als Erster genannt, weil so viele haben wir nicht. Aber es ist, glaube ich, auch ein österreichischer Film, ne, meine ich. Siehst du, Dänemark und Österreich. Weil Österreich auch in Europa ist. Ja, eben. Österreich ist ja quasi schmutziges Deutschland. Und dann in Deutschland gibt es den Schuh des Manitou. Weil das Kanu des Manitou. Und ich schäme mich nicht zu sagen, ich habe den Schuh des Manitou zweimal im Kino gesehen, weil ich ihn damals so unglaublich witzig fand. Ich glaube, ich würde heute auch noch lachen. Ich habe beim ersten Mal auch gelacht. Jetzt haben mich halt zwei Jahrzehnte politischer Korrektheit wahrscheinlich ein bisschen eingeholt und machen den ein oder anderen Gag da drin. Mardig, aber scheißegal. Weißt du, was ich jetzt hier noch hervorheben möchte? Dass der Tele-Stammtisch jetzt einen Discord-Community-Server hat. Noch. Und weißt du, wie man den, ja, noch. Wer weiß. Wenn der die falschen Knoppen anbaut. Bei Ausstrahlung immer noch nicht. Also, wir kämpfen praktisch, also unsere Obrigkeit, Chef Andi hat einen Link bereitgestellt, zu dem wir als Fußvolk und ihr als absolut unterstes Fußvolk, nämlich Hörende. Also, wir müssen arbeiten für null Geld und ihr dürft zuhören für null Bezahlung. Also, eigentlich habt ihr besser als wir. Egal. Ihr könnt uns auf jeden Fall persönlich kennenlernen und zwar unter www.tele-stammtisch.de slash Discord. Da sind wir dann zu finden. Wir werden es dann unten wahrscheinlich jetzt auch in den Shownotes immer alles verlinkt haben. Ansonsten findet ihr uns überall, wo es Likes gibt. bei den ganzen gegebenen Podcatchern im RSS-Feed, genau im Kartoffelladen. Da gibt es uns jetzt 2,99 Euro, das Kilo, zwei Redakteure und drei Filme. Und, ja, ansonsten Spotify und die ganzen anderen Adressen, die mit Podcasts und Audio gelöt irgendwas zu tun haben. So. Bei diesen Sachen, da fängt es mein Gehirn immer an, Knoten zu winden. Ja, was soll ich sagen? So eine Phrase irgendwie aufschreiben. Was soll ich sagen? Normalerweise, wenn ich, du machst das öfter. Ja, klar, aber weißt du, dann habe ich noch so Podcasts, wo ich dann das sagen muss und noch irgendwie den Werbeblock für Schlöcker übernehmen soll. Dann bist du aber echt durch mit den Nerven. Sag mal, Schocker mit Schlöcker erscheint jetzt, dann mache ich jetzt gleich mal auch Werbung, kommt wieder am 13.6. dieses Mal mit der, warte mal, kommt keine, der Invitation lief jetzt, ne? Nein, nein, es kommt jetzt die Invitation und 2015, der kommt jetzt und dann, mal gucken, was danach kommt. Also, mir wurde ja schon angeraten, ich soll Schocker, Schocker, nein, Schlöcker heißt die Frau, nicht Schocker. Weißt du, ihr Name ist Schocker und sie mag keine Schlöcker, jaja. Dass ich sie halt ein bisschen mehr herausfordern soll und so. Ich dachte mir nach, der Heels have ice beim letzten Mal habe ich jetzt halt Invitation, oder ihr habt das ausgewählt, nicht ich, aber halt ein bisschen was Sanfteres, weil man muss ja auch mal, man muss ja nicht immer über die Stränge schlagen, aber wir werden mal sehen, was danach passiert. Wird dann, wird ein toller, ein bisschen Dynamik rein. Ja, wird eine tolle Ausgabe, wir haben sie noch nicht aufgezeigt, das machen wir dann in Kürze und ich bin sehr gespannt. Also, ihr könnt da unten mal ein bisschen rumklicken, vielleicht wird Schocker mit Schlöcker empfohlen anhören und dann könnt ihr auch mal kommentieren, was ihr vielleicht unter Umständen wollt, dass die gute Frau über sich ergehen lassen muss. An mich denkt mal wieder keiner. Ich musste mir jetzt, naja, nee, nee, ich wollte jetzt sagen, ich musste, manche Leute sagen, ich musste jetzt mir hier deine Ergüsse ergehen lassen, aber ich mache das ja gern, deswegen sage ich, vielen Dank, dass du mir diesen Film jetzt empfohlen hast, weil ich glaube, ich habe eine Empfehlung durchgehört. Definitiv, also, der ist nicht perfekt, aber wer ist das schon, außer ich und Max, aber ich hatte mit dem wirklich eine gute Zeit im Kino und kam sehr beeindruckt raus und deswegen, ja, wenn ihr Mats Mikkelsen mag, geht rein, wenn ihr Tod aus den Filmen mögt, geht rein, wenn ihr es mögt, dass ein Bösewicht wirklich so hassenswert ist, dass ihr die Leinwand anschreien wollt, geht rein und wenn ihr historisches Kino mit ein bisschen Western, vielleicht in Dänemark mit Kartoffeln mögt, dann ist das sowieso euer Film des Jahres, gar keine Frage. Wunderbar. Dann, dann, sag ich mal so, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, werde mich auf diesem Wege auch einfach verabschieden, Werbeblock habe ich schon gemacht, von dem herst du, mach's gut und wir, glaube ich, hören uns dann eh bald. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.